Hallo und willkommen zu diesem neuen Feuervögel Vergleichsvideo und heute habe ich hier die Veko Vampire und die Crackling Birds von Explode. Ja, das ist ein etwas ungleicher Vergleich, aber es handelt sich hierbei auch um Feuervögel mit Crackling Ausstoß und die sind zwar unterlegen, trotzdem mal den Vergleich. So, einmal die Flügelspannweite ist tatsächlich, wenn man es hier genau nimmt, so, beim Vampire größer. Natürlich ist der Körper viel größer beim Crackling Birds und gar keine Frage, die NEM, wir hatten hier 25 Gramm, ja, also das sind etwas mehr als 8 Gramm pro Stück. Steht natürlich nichts drauf weiter hier und hier haben wir 18 Gramm pro Stück, ja, dann viel Spaß bei dem Video. Nochmal was zum Preis, die gibt es für 3 Euro 3 Stück, die gibt es für 3,95 beziehungsweise 3,75 mit Rabatt, bei Rueda für 6 Stück, bei anderen Shops auch ungefähr. Das bedeutet 1 Euro pro Stück und die hier, 63 Cent hatte ich ausgerechnet pro Stück, das bedeutet echt absoluter Vorteil für Explode. So, zuerst die 3 Vampire. Haben sich aber richtig verbessert, finde ich. Ja, hab's jetzt nicht auf Schlag gemacht, äh, da. Jo, und der 3. Ja, jetzt die Crackling Birds. Hm, die Vampire hatten vielleicht fast schon lauteres Crackling. Nicht ganz auf Schlag, aber fast. Ja, also, dann bis zu neuen Videos. Kann man echt sich geben und ciao. Ja, dann bis zu neuen Videos. 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 Vielen Dank.